Der Live-Radio-Wochenrückblick Unser Handball-Team hat für eine Euphorie gesorgt und Manu Feller leiders Glück die Woche nicht geborgt. Kein Sieg in Schladming und in Kitz, obwohl gute Tipps gaben, die Live-Radio-Skischüler. Die Skier ganz nebeneinander, aber zwei Fäuste müssen Platz haben. Rums, was hat da gnackelt, heißt's jetzt gerade im Unterland. Immer wieder Erdbeben, ja fast wie am Fließband. Nach Glatteis ist es jetzt zu warm, der Schnee, der wird nicht alt. Manchen ist es doch zu frisch. Ja, mir ist schon mal zu kalt und da wird mir nicht kalt. In Deutschland streikt die Bahn nicht das Einzige zu reden. Zum Verkehr am Fernpass soll es Maut und Tunnel geben. Auf der Strecke muss sich der Verkehr ja sehr oft mühen. Im Auto kann's dann hitzig werden. Ja, da können wir schon so Sachen aus, wie du tepperts O*** vor mir weiter. Es ist schon grün. Das war's, liebe Tiroler. Diese Woche, die ist vorbei. Auch nächste Woche Live-Radio hören. Seid's vorne mit dabei. Live-Radio 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 Live-Radio